Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch. Wir treffen uns heute hier zu einem Sonderpodcast quasi, denn es soll der erste Podcast zu unserer Road to Hildesheim sein. Wie ihr wisst, wird es ja am 6.11. ein Turnier geben. Zwar nicht in Hildesheim, aber in der Nähe von Hildesheim. Und ich habe heute einen speziellen Gast da. Ihr kennt ihn schon häufig vom Erzählen, wenn es irgendwie meistens darum geht, mit wem wir im Monat gespielt haben. Tobi ist heute hier. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, ihr kennt ihn vielleicht auch schon aus dem Battle Report. Kill Team, das waren, oh Gott, was haben wir da gespielt? Orks gegen Space Force waren das, meine ich. Ja, stimmt, genau. Orks gegen Space Force. Ja, aber bevor wir in das Thema einsteigen, was trinken wir? Das ist sehr einseitig, weil wir trinken beide dasselbe. Wir sitzen nämlich vor einem Mikrofon. Und zwar trinken wir 4-Bro-Ice-Tea. 4-Bros halt, ne? 4-Bros, genau. Und was ist das für eine Geschmacksrichtung? Ich kann das gar nicht lesen hier. Mango-Maracuja. Mango-Maracuja. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ja, muss ich auch sagen. Man mag uns vielleicht bei dieser Aufnahme verzeihen, dass wir manchmal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser sind. Das ist aber nicht schlimm. Ich versuche das nachzubessern, weil wir halt vor einem Mikrofon sitzen. Aber das soll uns ja jetzt nicht davon abhalten, hier unseren Dünnes über das Turnier loszulassen. Ja, das Turnier. Warum machst du mit? Oder warum hast du dich dazu entschieden, mitzumachen bei einem Turnier? Ich meine, klar, der ist jetzt bei uns vor der Tür quasi, der Tag. Ich wollte gerade sagen, das bietet sich halt schon sehr an. Und da ich halt selten spiele, muss ich halt ganz ehrlich gestehen, habe ich halt da die Möglichkeit, halt einfach ein bisschen mehr zu spielen an einem Tag, ne? Ja. Was glaubst du denn, oder was erhoffst du dir denn, was an dem Tag für dich herausspringt? Also jetzt mal vielleicht auch unabhängig von Platzierung, was versprichst du dir von dem Tag? Ich muss erst mal sagen, ich spiele halt dann die Chaos Space Marines, die sind ja momentan nicht ganz so toll. Aber ich bemale die jetzt die ganze Zeit und ich habe halt einfach Bock, die zu spielen. Das ist schon mal eine interessante, eigentlich eine interessante Fraktion, ne? Weil du, du spielst ja nur eine Fraktion, die, sag ich mal, im Meter ganz hinten steht. Ja, genau. Am Anfang der Nahrungskette. Ja, genau, genau. Aber ich habe halt diesen Lord of Skiles bemalt, ne? Und das hat einfach ein fantastisches Modell. Dann dachte ich mir, da kann ich den halt auch einfach mal spielen. Ja. Wird halt keiner meckern. Ja, die ist super. Also ich mag auch die Chaos-Modelle sehr. Man weiß ja, dass ich selber auch mal Chaos Space Marines gespielt habe. Beziehungsweise weiß man das? Ich weiß gar nicht. Aber jetzt wisst ihr es. Schon ein bisschen länger her, ne? Boah, wann war denn das? Letztes Jahr? Ich wollte gerade sagen, ja, ja, bestimmt. Ja. Ähm. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Armee, muss ich sagen. Wir gehen auch gleich noch auf die Liste ein. Und ja, Chaos Space Marines, was wäre denn so vielleicht für dich so ein Match-Up, wo du sagst, äh, das will ich gar nicht haben? Oder wo sagst du dir, da habe ich Bock drauf, mal gegen zu spielen? Ja, also du meintest ja schon, äh, unteres Ende. Von daher ist eigentlich alles, gegen das ich dann spielen werde, schwer. Aber ich glaube wirklich Angst, halt Brocari, Atmech, Grey Knight stelle ich mir auch wirklich sehr schwer vor. Aber ansonsten, also gegen deine, gegen deine Orks, gegen die ich jetzt ja gespielt habe, muss ich halt ganz ehrlich sein, haben sich eigentlich wacker geschlagen. Das muss ich auch sagen, ja. Wir haben, äh, letzte Woche, glaube ich, also für euch, wenn dieser Podcast rauskommt, vor zwei Wochen, haben wir die Listen getestet. Und, ähm, es war, also von den Punkten her war es halt komplett aussichtslos wie Chaos Space Marines, aber sie haben tatsächlich gerade auch dem Orkbeschuss sehr, sehr lang standgehalten, was ich nicht gedacht hätte. Ja, Vorteil natürlich der Retter, ne, den ich habe und du nicht. Ja, das stimmt. Das hat sie, äh, ja, das hat man wirklich gemerkt. Die Dämonenmaschinen machen halt echt viel aus. Und dann noch unterstützt mit dem Lord Discordant, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel, äh, vorwegnehmen. Genau, das machen wir gleich. Ähm, ja, was verspreche ich mir vielleicht vom Turnier? Ähm, ich habe dieses Mal, äh, gesagt, ich möchte voll angreifen. Letztes Mal bin ich ja Vierter geworden. Ähm. Ah, da hattest du was nochmal gespielt? Oh, was hat... Da habe ich Ironhands gespielt, als sie noch OP waren. Ironhands, ja, genau, mit den Repulsoren, ne? Das war 2019, genau. Ähm, wo ich das legendäre Match gegen den Patrick hatte, der auch dieses Mal wieder da ist mit seinen Elda. Da habe ich richtig Bock drauf. Patrick, wenn du das hörst. Ich hoffe, es gibt ein Rematch. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich möchte versuchen, das Ding zu gewinnen. Äh, ich denke, dass ich mit meiner Liste das auch schaffen kann. Ich muss halt nur spielerisch richtig abliefern, da in der Hinsicht, ne? Und da bin ich jetzt dabei, die Liste immer weiter zu üben. Ja, und ansonsten einen schönen Tag, glaube ich, das können wir beide sagen, ne? Dass wir da einen coolen Tag haben, äh, coole Leute zum Spielen haben. Es werden ja drei Spiele sein. Halt mal wieder Spielstile kennenlernen, ne? Neue Armeen. Ganz wichtig. Es gibt ja noch einiges, gegen das ich noch überhaupt nicht gespielt habe. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem, es ist ja doch das erste Turnier für uns beide in der neunten Edition. Ja, vor allem innerhalb auch der letzten Jahre, ne? Also für mich zumindest. Ja, stimmt. Ich habe ein Turnier, glaube ich, mehr gespielt als du in Hildesheim. Und das davor war ja dann in Braunschweig bei der Red Line Con, wo wir beide waren. Zwei gegen zwei. Zwei gegen zwei, das war cool. Ähm, ja, stimmt. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich weiß auf jeden Fall, ich kenne das Teilnehmerfeld zum Großteil schon. Wir haben ja die Listen schon gesehen. Also noch nicht die Armeelisten, aber wir haben die Teilnehmerlisten gesehen. Die Funktion. Ja, ja, die vorläufigen Fraktionen, genau. Und ich bin sehr gespannt. Ähm, da sind wirklich sehr viele gute Spiele auch dabei, aber auch sehr viele. Das freut mich auch sehr. Sehr viele Anfänger, sehr viele Leute, die jetzt gesagt haben, so, jetzt in der neuen Edition will ich endlich mal Turniere spielen. Ähm. Soll ja auch, glaube ich, eigentlich ein Turnier sein für Anfänger, ne? Ja. Also von daher bin ich halt auch wirklich auf die Listen gespannt, die dann so die Leute mitbringen, die länger spielen. Ja, also. Hm. Ja, also ich spiele jetzt keine, was weiß ich. Ich glaube, die aktuelle Org-Meter-Liste ist zwölf Scrapjets oder sechzehn. Oder 15 Scrapjets, irgendwie sowas. Ähm. Das habe ich jetzt nicht dabei. Das sind schon ein paar mehr. Aber meine Liste ist schon ziemlich gut, das muss ich sagen. Ähm. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch gute Listen sein werden, aber jetzt nicht Hardcore-Meter-Scheiß eben, ne? Also ich weiß nicht, so eine 90-Mann-Skitari-Admich-Liste, das glaube ich jetzt nicht. Ja, das soll ja keiner weint rauslaufen. Ja, hast du das mal Daniel erzählt? Mein Turnier. Warst du damals dabei, als ich mein Spiel hatte mit den Chaos Basemans gegen Daniels Tau, wo er einfach nur da gestanden hat, ich werfe jetzt ein paar Würfel und nach Runde eins gehen wir essen? Ne, ne. Das habe ich nicht erlebt. Ne? Okay, ja. Also so soll es jetzt nicht werden und das glaube ich auch nicht. Ähm. Ja, kommen wir mal zu dem Thema, was erstmal zu dem Turnier beiträgt, nämlich, wir sollen ja bemalt erscheinen. Oder sollte man tun, weil sonst kriegt man einen Punktabzug. Ich wollte gerade sagen, die Punkte sind ja doch ziemlich wichtig, gerade auf dem Turnier. Ja. Wie weit bist du mit deiner Bemalung? Als was bemalst du sie? Also, ähm, ich bemale sie als World Eaters, aber spiele sie als Iron Warriors. Oh, Power Gamer. Halt einfach nur, weil die World Eaters, da müsste ich halt Infanterie mitnehmen und die sind halt momentan einfach zu teuer für das, was sie am Ende können. Einen Lebenspunkt, Angriff weniger und das Schema hat mir halt super gefallen und ich hoffe auch, dass die dann irgendwann mal, wenn die einen neuen Codex kriegen, halt auch wirklich auf die Nase geben. Da gehe ich fest von aus. Das hoffe ich mir dann halt auch. Es gibt ja, die Leaks stehen ja soweit. Es gab ja, ich glaube vor ein paar Wochen, einen Leak angeblich von einem GW-Mitarbeiter. Bisher hat das alles gestimmt, was da rauskam. Dass zum Geschäftsjahr 22, also im Sommer, dann die World Eaters kommen, zusammen mit Angron. Leider noch sehr lange hin. Das ist noch sehr lange hin, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Heißt ja aber für mich auch im Umkehrschluss, sie werden die Chaos-Legion splitten. Das heißt, es werden ja früher oder später dann auch noch die Emperor's Children mit Also es wird halt sagen, wie bei den normalen Imperium-Marines. Genau, ja. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Aber noch zu der Frage davor, jetzt hatte ich ja die ganze Zeit die Chaos-Marines schon bemalt, also von daher bin ich eigentlich gut dabei. Ich muss noch ein bisschen basen. Ich glaube, einen Helden muss ich noch bemalen und ansonsten kann das Turnieren von mir aus kommen. Drei Wochen vorher, das ist echt strehbar. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, das ist wirklich strehbar. Und vor allem, ich muss auch dazu sagen, deine Bemalung von den World Eaters vor allem ist ja auch wirklich richtig, richtig geil. Ja, danke. Wenn ich tippen müsste, ich weiß, wir haben andere dabei, die auch wirklich schöne Armeen haben. Ein großer, ich sag mal, ein Vorreiter dafür ist ja auch immer Ingo mit seinen 1000 Suns. Die hast du ja auch schon mal gesehen. Oh ja, die sahen wirklich sehr gut aus. Ja. Ingo, falls du das hörst, Grüße gehen raus nach Hannover. Aber, also wenn ich einen Tipp geben müsste, wenn es eine neue Person werden wird mit einer Bestpainter, dann glaube ich tatsächlich, dass das Dino World Eaters da gute Chancen hätten. Weil die sehen wirklich richtig gut aus. Ja, bei mir mit der Bemalung. Es fehlt doch noch einiges. Ich sehe es ja auf dem Schreibtisch liegen. Ja, ich habe noch drei Scrapjets, die fertig bemalt werden müssen. Sechs Killercopters und das Kill Rig. Und dann noch alles gebeißt werden. Ja, gebeißt habe ich das meiste tatsächlich. Ähm, aber ja, bemalen muss ich noch. Aber das mit Ölfarben und der Airbrush geht das schon irgendwie. Ich bin bis jetzt jedes Mal bemalt erschienen. Und ich bin nicht Christian, der sich einen Arm vorher hinsetzt und denkt, fuck. Ähm, ja, ich, apropos, Christian, hau doch mal in die Kommentare. Bist du eigentlich fertig fürs Hamburg Alliance Open? Ähm, ja, der spielt nämlich, heute, wenn der Podcast rauskommt, ist Christian schon auf dem Hamburg Alliance Open am Spielen, zusammen mit Stefan. Und vertritt dort die Hildesheimer, beziehungsweise Christian auch den Adeptus Stammtisch. Und... Was genau spielt der da? Er spielt Death Guard. Und tatsächlich eine ähnlich Liste zu der, die du dir zuerst überlegt hattest. Ja, also viele Fahrzeuge. Viele Fahrzeuge, viele Terminatoren. Also hart. Ja, sehr hart. Weil Alliance Open ist ja quasi die Spitze der deutschen, die Creme de la Creme der deutschen URM 40K-Spieler. Und Christian halt, nein. Nein. Christian ist ein sehr guter Spieler und ich denke mal, der wird sich da schon, der wird nicht letzter werden. Ähm, ja, wie gesagt, Bemalung ist bei mir, das schaffe ich schon irgendwie. Und dann freue ich mich sehr darauf, auch die bemalten Armeen der anderen zu sehen. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Listen rein. Und wir wollten mit meiner Liste anfangen. Ein kleiner Nachtrag an dieser Stelle. Ich habe an meiner Liste einen Fehler bemerkt. Und zwar darf ich mit dem Beast Boss of Squigal Saw den Turbo Walk gar nicht ausrufen. Dementsprechend habe ich natürlich meine Liste zur Listenabgabe, also am 23.10. nochmal so überarbeitet, dass es jetzt natürlich stimmt. Das Deathkiller Warthrack ist der Warlord und der Beast Boss of Squigal Saw hat da Biggest Boss bekommen. Damit ist die Liste jetzt wieder konform und weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ja, kommen wir zur Org-Liste. Fangen wir mal mit der an. Und ich spiele, wie es jetzt momentan auch beliebt ist und natürlich auch ein Gedenken an AVI. Eine Freebooters-Liste. Das sind ja die, die durch ihren Clan-Bonus besser, also um einen besser treffen in der entsprechenden Phase, wo sie eine Einheit ausgelasht haben. Ähm, und das ist halt eine Speedwix-Liste. Und das ist ja auch so das, was momentan viel gespielt wird. Ähm, und ich habe drei Detachments mit. Das ist zum einen ein Patrol Detachment, ein Outrider Detachment und ich habe ein Super Heavy Detachment mit. Das Super Heavy Detachment hat von mir einen Killtank, der ist mit einem Gigashooter und den üblichen Waffen bewaffnet, die der immer dran hat. Und das Ding ist halt schon halt eine richtige Bann, ne? Also es ist halt 30 Schuss Heavy, Stärke 6, minus 1,1. Für die Punkte pustet er schon ordentlich was raus. Äh, ja. Also ich bin ein großer Fan von dem Fahrzeug, der war eine Achtung leider komplett für die Tonne. Ähm, und ist jetzt meiner Meinung, hat er so eine kleine Renaissance mit dem Gigashooter. Aber alleine nur deswegen, weil er diesen Bonus halt triggert. Weil man muss halt dazu sagen, dass Orcs oder allgemein Xenos ja dieses Ding haben, wenn die ein Super Heavy Detachment mitnehmen, teilen die sich ja trotzdem den Fraktionsbonus. Das haben ja Space Marines und Chaos, glaube ich, nicht. Ähm, oder Imperium und Chaos, sondern das haben nur die Xenos. Und deswegen bekommen die Orcs, äh, Super Heavies auch die Clan Traits. Und ich glaube, du zahlst keine CP. Doch, du zahlst einen CP. Ein CP. Für das Detachment. Das ist aber auch günstig. Das ist gut, ja. Ähm, fangen wir mal mit dem Outrider Detachment an. Das wird angeführt von einem Deathkiller War Trike. Das ist der eine Speed Freak auf diesem, auf diesem Dreirad quasi. Ähm, der hat von mir die, die Schockerhülle bekommen. Das ist ein Custom Job. Das ist ja so ein Orc-typisches Ding, dass sie Punkte ausgeben. Und das macht, dass wenn er gekämpft hat auf die 4+, äh, gibt es dann nochmal D3 tödliche Wunden hinterher. Was halt super ist. Ähm, dem habe ich per Stratagem den Big Boss gegeben. Das heißt, er hat einen zusätzlichen Warlock Trade gekriegt. Und da habe ich ihm das Speed Freaks Ding mit Roadkiller gegeben. Roadkiller, äh, macht das, wenn er gecharged ist, dann auf die 2+, gibt es D3 tödliche Wunden. Mhm. In Kombination mit anderen Sachen. Ich wollte gerade sagen, der pustet ja schon mal ordentlich, äh, tödliche Wunden raus. Genau, ohne dass er überhaupt geschossen oder gekämpft hat, ne. Und im Kämpfen ist er eigentlich auch ganz okay. Ist aber nicht dein Warlord, sehe ich gerade. Ne, der ist nicht mehr ein Warlord, genau. Da kommen wir noch zu. Dann, äh, habe ich zweimal fünf Kommandos mit drin, die neun. Weil ich Kommandos einfach richtig geil finde, um sie irgendwo ins Feld zu stellen, äh, um Punkte zu halten. Drei Rüstung ist quasi die Ork-Terminator-Rüstung. Und sehen dazu noch sehr schön aus. Also neue Modelle. Ja. Habe ich mir noch sehr viel Mühe gegeben, die zu bemalen. Ja, da hat sich die auch wirklich Mühe mitgegeben. Ja, total. Ähm, und dann kommen wir zu dem interessanten Part aus dem Outright Attachment, nämlich die ganzen Facetag-Slots. Ich habe sechs Devcopters dabei. Die sechs Devcopters sind jeweils mit den, äh, Rocket-Launchern ausgerüstet. Das heißt, jeder von denen hat zwei wie drei Raketen. Stärke acht, minus zwei, drei Schaden fest. Äh, die haben alle Ramshackle. Das heißt, sie bekommen bei Waffen mit Stärke sieben oder weniger einen Schaden weniger. Ja, das macht sie sehr nervig. Das macht sie richtig nervig. Und, ähm, ich habe denen, äh, nee, Quatsch, kein Custom-Jobs, geht ja gar nicht, nee. Äh, die sind halt auch super Nahkämpfer, weil jeder von denen hat sechs Attacken im Nahkampf. Ähm, und, ja, ich bin einfach ein Riesen-Fan von denen. Die sehen cool aus, die sind geil, die sind stark, die kosten kaum Punkte. Einer von denen kostet 50 Punkte, was halt ein schlechter Witz ist eigentlich, aber... Also für das, was am Ende raushauen an Fernkampf- sowie Nahkampf-Angriffen, ist das schon... Das ist richtig gut, ja. Frech. Ja, okay. Ähm, dann habe ich drei Megatrucks-Strapjets dabei. Die sind halt so, wie sie sind. Da habe ich nichts geändert. Das ist halt so die Hard-Hitter-Einheit, äh, in jeder, äh, Speedfreaks-Liste von den Orks. Die haben halt fünf Millionen Raketen pro Ding. Die haben 20 Schuss mit dem schweren, äh, mit dem, mit der fetten Wumme. Ähm, die machen Mortal-Wounds im Nahkampf, wenn sie reinchargen und so weiter. Haben guten Nahkampf mit dem, mit dem Bohrer. Die sind halt wirklich, wirklich stark. Aber wie gesagt, nur eine Einheit und nicht wie in der Meter üblich vier oder fünf davon, glaube ich. Ähm, dann habe ich eine Einheit Warbikes. Dabei, die kennt man ja auch momentan. Die sind ja viel unterwegs in den Listen. Davon habe ich fünf Stück, weil ich nicht alle mitgekriegt habe. Davon hat der Boss natürlich einen Big Chopper, weil ein Boss brauchen einen größeren Chopper als seine Jungs. Sonst respektieren die ihn nicht. Um was zu kompensieren. Ja, ja. Ja, ansonsten die normale Ducker Gun, nichts Besonderes. Dann habe ich einen Ducker Jet dabei. Dem habe ich zwei, äh, zusätzliche, äh, Supershooters gegeben. Und der hat Mordaka gekriegt. Das ist ein Custom-Job. Und Mordaka macht, dass ich, bevor ich den, mit dem schieße, einen Würfel werfe. Bei einer 4 Plus gibt es einen Schuss auf jede Waffe dazu. Und bei einer 6 gibt es zwei Schuss pro Ducker Waffe dazu. Was sich halt dann schnell auf 12 Schuss hochsummiert, weil der hat halt sechsmal eine Ducker Gun dran. Wie viele Schuss sind das so? Also der hat standardmäßig 36. Und wenn ich dann halt noch würfel, oder gut würfel, dann kann es halt bis zu 48 sein. Und wenn du dann den Turbo-Wag noch anhast, dann kriegt der ja nochmal sechs Schuss dazu. Dann ist er halt, äh, auf 54 Schuss. Das muss man sich jetzt mal auf den Munster gehen lassen, das für 135 Punkte. Ja, der ist super. Ich mag den Dugger Jet total. Ähm, ja, das war das erste Detachment. Das zweite Detachment ist ein Patrouillern-Detachment. Da ist mein Warlord drin. Das ist der Beast-Boss auf Squig-O-Saw. Das ist der neue Dude auf diesem, ja, Squig-T-Rex. Der hat von mir Brutal-Bud-Kannen gekriegt. Das ist der Warlord-Trade, den eigentlich auch jeder mitnimmt. Und zwar jeder, äh, oder jeder Angriff im Nahkampf, der nicht zu dem Schaden wird verursacht, Step kommt. Das heißt, entweder ich treffe nicht, ich wunde nicht, wie auch immer, wird wieder hinten angereiht. Das heißt, sobald ich durchgekämpft habe, kommen die Attacken direkt nochmal hinten weg. Das zählt natürlich auch für den Squig. Und der Squig hat halt eben die Fertigfähigkeit, bei einem Wundwurf von sechs macht er statt seinem normalen Waffenschaden drei tödliche Wunden. Und, äh, der Ballert hat schon zu wie so ein Lastwagen, ne? Also der ist wirklich, wirklich stark. Durch den Beast-Hight-Mantle, das ist das Relikt, bekommt er auch noch einen Angriff mehr, der Boss, und hat einen 5er Phenopain gegen allen Schaden. Ähm, und der ist halt wirklich, der schlägt dazu wie ein Laster, ne? Und das ist halt ein cooler Boss, kostet 145 Punkte, ist halt auch relativ günstig dafür. Ich meine auch, ähm, dieser Boss hat beim letzten Mal meine Dämonen ausgelöscht, also zumindest meine Dämonen-Helden. Also die hatten da... Stimmt, ja. Die haben da kein grünes Licht gesehen. Stimmt. Der hat sich da komplett durchgefräst. Ähm, ja, dann ist da ein Trupp aus zehn Boys drin, weil ich ja den Troop-Slot füllen muss. Und ich fand auch Boys besser als Gretchen, also als Grotz, weil, äh, die Boys einfach noch ein bisschen mehr aushalten. Die können im Nahkampf noch zurückschlagen mit dem Chopper. Und die sind halt einfach gut, um sie irgendwo Punkte zu stellen, ne? Ja, dann hab ich zwei Rocket-Ruck-Squick-Waggies dabei. Das sind die Artillerie-Kanonen von den Orks. Der eine hat die Nitro-Squicks dabei. Das heißt, der wundet immer am einen besser, wenn er mit den beiden, äh, Squick-Granaten schießt. Und der andere hat die Squick-Hide-Tires dabei. Also die Reifen. Einfach nur, weil ich Punkte totschlagen musste. Ähm, der bewegt sich ein Zoll weiter. Und wenn er sich, äh, und wenn er rennt, dann kriegt er plus zwei nochmal zusätzlich. Ja, und ich habe den neuen, das neue, äh, den neuen heißen Scheiß von den Orks dabei. Ich hab mir das Kill Rig noch gekauft und mit reingesetzt in die Liste. Das ist ein Charaktermodell im Heavy-Support-Slot. Das ist ein riesiger Panzer von den Orks. Äh, hat eine Million Fernkampfwaffen. Hat eine Million Nahkampfwaffen. Kann Psycon bei zwei zaubern. Und wenn ein Zauber, oder wenn mindestens einer dieser Zauber erfolgreich durchgeht, dann wird die Laser-Kanone, die da oben drauf hat, äh, zu einer Assault-D3-Waffe. Und trifft automatisch. Also mit Stärke 9, Minus 3, macht D6 Schaden. Ähm, ja, schlägt halt auch zu wie ein Truck. Hat einen riesen Base. Ähm, hat einen Rettungswurf, dadurch, dass es ein Beast-Snagger ist. Wenn ich damit Fahrzeuge oder Monster angreife, betreffe ich um einen auch noch besser im Nahkampf und trifft das Ding auf die Zwei. Ähm, das Teil ist halt super, ne? Und das macht halt ein riesen Bedrohungspotenzial. Und es macht Spaß. Ja, das ist meine Liste. Besondere Match-Ups, die ich darauf... Das fällt mir gerade ein, das habe ich eben nicht gesagt. Ähm, besonders gefährliche Match-Ups für mich sind wahrscheinlich, äh, schnelle Armeen, die härter zuschlagen als ich und auch viele Stärke-Acht-Waffen haben. Sowas wie Drukari, sowas wie Atmech. Ähm, aber auch, ähm, ich sag mal Bot-Listen. Space Force Bot-Listen zum Beispiel. Necrons mit großen Kanonen. Ähm, sowas ist halt gefährlich gegen mich. Aber im Moment schlagen sich Orcs ganz gut und ich bin relativ zuversichtlich, dass ich da, wenn ich alles richtig mache spielerisch, durchaus eine Chance habe. Abschließende Gedanken zu meiner Liste? Liste war hart. Ja, das, ja, hoffe ich. Gut, dann kommen wir mal zu deiner Liste. Und zwar eine World Eaters Chaos Space Marines Liste. Iron Warriors. Äh, Iron Warriors, Entschuldigung. Ja, genau. Nur im Schema der, äh, World Eaters angemalt, da mir dieses Schema halt einfach nur gefällt. Ja. Welche Detachments hast du? Ich habe auch insgesamt drei Detachments. Ähm, einmal ein Bataillon Detachment. Ich habe ein Petrol Detachment für meine Dämonen. Und ein Super Heavy Detachment, da ist dann der Lord of Skulls drin. Genau. Ich hoffe, der wird viel Schaden anrichten. Und vorher nicht zerstört. Ja, meine Legion für die Chaos Space Marines sind die Iron Warriors. An sich, meine Armee profitiert jetzt nicht wirklich von der, von der Legionsfähigkeit, da sie ja einfach nur für Infanterie, Biker und Charaktere sind. Ach ja, und die Hellbrutes. Ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt eigentlich fast nur Fahrzeuge mit habe, außer ein paar Truppen, um die Punkte voll zu kriegen, profitieren meine Gegner weiterhin von Deckung. Ja, meine Liste. Mein Warlord ist ein Lord Discordant on Hellstalker. Schon mal saftige 200 Punkte. Ja, es ist schon ordentlich. Das ist teuer, ja. Das ist halt für einen Helden, finde ich, schon sehr viel. Ich meine, okay, dafür in einem bestimmten Umkreis trifft man meine, meine, meine Fahrzeuge um einen schlechter und meine Fahrzeuge treffen dafür um einen besser. Das ist halt ganz nett. Das Problem halt nur, er hat über 10 Lebenspunkte. Das heißt, man kann ihn halt schon direkt beschießen. Ähm, ja, dadurch, dass jetzt mein, mein Warlord ist, habe ich ihm dann den Dämonenschmied gegeben, den, den Demon Smith. Dadurch bekommen alle befreundeten Iron Warriors Demon Engine oder die Cult of Destruction, die ich aber nicht spiele, im Umkreis von 6 Zoll auf die 6 einen zusätzlichen Treffer. Das, äh, also... Das hat sich richtig gelohnt beim Spiel gegen meine Orcs, weil du tatsächlich sehr, sehr viele Sechsen gewürfelt hast. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, gerade bei den schweren Waffen, man merkt es. Ja. Man merkt es. Ähm, dann habe ich noch einen Master of Possession mit, gerade für Dämonenmaschinen, halt sehr interessant. Dem habe ich den Zauber Cursed Earth gegeben und, ähm, Infernal Power, Cursed Earth, einfach mal den Retter für meine Dämonen um einen erhöhen, also um einen verbessern. Das heißt, mein Lord of Scouts hat einfach mal dadurch einen 4er Retter. Das ist dann, glaube ich, schon ziemlich übel, gerade bei der Anzahl an Lebenspunkten. Und durch Infernal Power dürfen die Dämonenmaschinen alle Einsen im Wund- und Trefferwurf wiederholen, im Umkreis von 6 Zoll. Das finde ich halt auch einen mega guten Zauber, weil du als Chaos-Basemainst ja in der Regel keinen, oder ich glaube, die haben gar keinen, Lord Lieutenant zum Beispiel. Noch nicht. Noch nicht. Also kann alles noch kommen. Ja. Das Problem bei den Zaubern ist halt, sie müssen durchkommen, sie dürfen nicht gebannt werden, ansonsten sind alle meine Dämonen und Dämonenmaschinen Kanonenfutter. Ja. Habe ich einfach mal, um die Liste voll zu bekommen, habe ich nochmal 10 Chaos-Kultisten mitgenommen und 2 mal 5 Chaos-Based Marines. Je nachdem, wenn ich immer auf Masse trete, brauche ich doch ein bisschen mehr Feuerkraft. Aber, ja, ob das dann 5 oder 10 Schuss mehr sind. Letzten Endes, sie sind ja auch einfach da, um sie auf Punkte zu stellen, ne? Du hast halt dein Objective secured und das ist das Wichtige. Genau, irgendwas brauche ich ja dann doch nochmal. Ja. Dann habe ich einen Dezimeter mit in meinem Elite-Slot. Der hat einmal die Butcher-Kanone und einmal, damit ich auch was für den Nahkampf habe, die Klaue zusammen mit den Flammenwerfern. Dann habe ich einmal im Heavy-Support 3 Modelle, zweimal einen Forge-Fiend mit der Hardes-Auto-Kanone und der Ektroplasma-Kanone. Also ich habe zumindest viele schwere Waffen. Das hat sich auch bewährt gemacht gegen die Orks. Also das Ramshackle, das gab es dann halt einfach nicht mehr. Dadurch, dass es stärker 8 Waffen waren, hat es halt nicht gezogen, ne? Und das war gut. Und dann habe ich hier noch so einen Chaos-Rapier-Carrier mitgenommen mit einem Quad-Heavy-Beuter. Das sind einfach mal 12 Schuss schwere Beuter für 75 Punkte. Ich glaube, damit kann man nichts verkehrt machen. Ja. Und dann mein nächstes Detachment ist mein Dämon-Detachment. Ich brauche halt auch irgendwas, was die Leute nervt. Und da habe ich einmal den Pog-Springer mit. Mit mir erstmal der Pestilenz. Zweimal dreien Nöckling-Trupps. Einfach nur, um sie auf die Punkte zu stellen. Weil, ähnlich wie deine Kommandos, ich kann sie halt einfach überall auf dem Schlachtfeld aufstellen. Und das, was halt wirklich nervig ist, sind die 30 Plague-Beerer. Einfach nur, man trifft sie um einen schlechter, solange sie über 20 sind. Dann haben sie noch einen 5er-Retter und dann noch einen 5er-4-No-Pain. Also ich glaube, dein DAKA-Jet oder ähnliches hat er mal reingeschossen und am Ende ist dann vielleicht ein, zwei Modelle gestorben. Ich wollte gerade sagen, da ist wenig passiert, ja. Also die sind halt wirklich richtig nervig. So, und dann das Beste kommt natürlich zum Schluss. Ja. Einmal der, der, mein Super-Heavy-Detachment, der Lord of War, mein Korn-Lord of Skies. Das sind halt immer eben 465 Punkte, also einfach mal ein Viertel meiner Armee. Ja. Ähm, teilt dafür natürlich auch ordentlich aus. Ja. So, nehme ich einmal gegeben, ähm, die Hades-Gatling-Kanone. Genau, ist die gleiche wie bei den, äh, bei den, wie heißt sie gleich, die Fortschweens, ne? Fortschweens, die Schmiedebesten. Nur, dass die hier mehr Schuss hat, ne? Ja, genau. Die hat 12 Schuss, Stärke 8, minus 2, 2. Also, da ist dann Rumshackle vergeblich gegen. Ja. Und dann habe ich hier noch die Eiker-Kanon. Die hat leider nur einen D6-Schuss, aber auch da Stärke 7, minus 4, D3-Schaden. Ja. Und ich meine, im Nahkampf ist er auch ein richtiges Biest. Also, der teilt, je mehr Schaden er erlitten hat, teilt er auch immer mehr Angriffe aus. Es startet bei, ich sage mal, lächerlichen 4 Angriffen, endet bei 8. Ja. Und, ähm, ja, wenn er den Cleave macht, sind es dann einfach mal 3 Angriffe oder 3 Treffer. Nee, gar nicht wahr. 3 Angriffe, ja. 3 Angriffe pro Angriff, den er eigentlich hat. Also, am Ende sind es halt 24, können es dann werden, wenn er dann mal so lange lebt. Mit Stärke 10, minus 2 und D3-Schaden. Ja, genau. Wenn du cleavst, ja. Also, der teilt halt richtig aus, ne? Ansonsten ist es halt einfach mal Stärke 20, minus 4 und macht am Ende 6 Schaden. Ja. Also, ich glaube, dein Rumshackle ist bei Stärke 20 auch schon... Knapp. Wird knapp, aber... Ja. Ja, das ist meine Liste und, äh, ich bin halt echt gespannt, wie ich damit abschneiden werde. Ja. Ich auch. Also, wie gesagt, wir haben auch viele Anfänger dabei, wir haben viele, äh, auch viele Space Marine Armeen zum Beispiel dabei. Zum Beispiel gegen Space Marines sehe ich die gar nicht so schlecht, die Liste. Da sie am meisten 2 Punkte Schaden macht, ne? Genau, du machst oft 2 Schaden und damit kannst du halt schnell punkten gegen Space Marines. Ähm, ja, ansonsten wird sich's zeigen. Auch gegen Descartes sehe ich's zum Beispiel, weil die Descartes halt, ja gut, die machen viele tödliche Wunden, das ist natürlich schlecht. Und reduzieren den Schaden wieder am einen. Und reduzieren den Schaden, ja. Ähm, ich bin gespannt, wo du landen wirst. Also, es ist, ich weiß auf jeden Fall, dass du mit der Liste einer der Sieger der Herzen sein wirst, weil ich weiß zum Beispiel, dass André, Grüße gehen raus, ähm, immer sehr für Chaos lebt. Und der hat auch damals zu mir gesagt, als ich mit meiner Chaos-Liste auf dem Turnier war, von wegen des, ich find das geil, dass du die gespielt hast, weil das ist einfach so, man merkt, das ist so eine Lieblingsarmee, so, die du mitgebracht hast. Also bei den Chaos-Space Marines zählt jetzt momentan, dabei sein ist alles. Genau. Hauptsache, du hast die Haare schön. Ja, ähm, ja, abschließende Gedanken zu deiner Liste. Ich find deine Liste, wie gesagt, gar nicht schlecht. Äh, es ist eine Chaos-Space-Mail-Liste, ich find es super mutig, dass du mit der antrittst. Ja, ich auch. Und, ähm, ich freu mich sehr darauf, vielleicht treffen wir auch gegeneinander. Dann, äh, ja, gibt's eine Revanche. Gibt's eine Revanche, genau. Ähm, ja, es wird, also soviel erstmal zu diesem Podcast, der ist ein bisschen kürzer, ist ja auch ein Sonderformat, es wird dann jetzt kurz vor dem Turnier, das findet am 6.11. statt, noch einen Podcast geben, da werden wir noch auf die Listen von Daniel und von André eingehen, weil André spielt nämlich als Springer vielleicht auch mit. Und wir werden natürlich jemanden von der Orga dabei haben mit Christian und werden dann nochmal die anderen Sachen vom Turnier klären und dann werden wir hinterher noch eine, ein Resümee aufnehmen quasi, wie war das Turnier, äh, wie ist es gelaufen, wer waren die Sieger und so weiter und so fort. Ja, dann hoffen wir, dass euch dieses kleine Special gefallen hat, ist nicht ganz so lang wie üblich, muss ja aber auch nicht sein, dass wir mal wieder drei Stunden totsappeln. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch gerne die verdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Google Podcasts und wie sie alle heißen da. Äh, abonniert unseren Kanal auf YouTube, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ähm, schreibt uns gerne Kommentare, was ihr von den Listen haltet, schreibt rein, wenn ihr meint, mein Gott, seid ihr irgendwelche Idioten, die da teilnehmen mit den Listen? Äh, auch das wird gelesen. Ähm, und besucht unsere Partner, das ist zum einen Schock 2, schaut da im Forum vorbei, äh, diskutiert mit uns auch da gerne über die Listen. Ähm, ansonsten gibt's da auch viele schöne Artikel, in denen ich teilweise auch selber mitgeschrieben habe, ähm, zum Thema Warhammer. Schaut bei den Hildes haben wir Gelegenheitswürflern bei, vor allem, wenn euch die Listen interessieren, weil die werden bei uns auch im Forum, äh, gepostet. Und schaut bei Tabletopforge vorbei, da gibt es, äh, schöne Utilities oder schöne Goodies für, für das Tabletop-Hobby. Da gibt es Barrikaden, da gibt's ein bisschen Gelände, da gibt es vor allem Nameplates für eure, für eure Charaktere. Ähm, die finde ich übrigens richtig geil, meine Kommandos werde ich auch mit einem Nameplate bitte aus Turnier nehmen. Und mit dem Code ADEPTUSSTAMMTISCH15, wobei das A und das S jeweils groß sein müssen, findet ihr aber auch im Link nochmal, oder in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, spart ihr auch 15 Prozent, wenn ihr bei denen im Shop einkauft und lasst den beiden einen Gruß von uns da, das sind super nette Leute. Ja, möchtest du jemanden grüßen? Nein. Ja, dann grüße ich noch jemanden. Äh, ich grüße den Rest des Teams Stammtisches, ich grüße alle Teilnehmenden des Turniers, ich grüße deren Schwiegermütter, ihr kennt das. Kinder und Kindeskinder. Ja, genau. Ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, hören uns im nächsten Podcast oder lesen uns im nächsten Artikel. Ciao, ciao. Ciao.